Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die Itchy und Scratchy der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Ja, Peter, lass doch mal über Filme sprechen und ganz klein anfangen. Bei mir oder was? Nee, mit unserer ersten News. Ja, aber da spielt zumindest mein Vorname eine Rolle. Ja, Peter Donklage oder Peter Dinklage. Wird der neue Deadpool. Wenn es denn nur so wäre. Wenn es das nur wäre. Wie kommst du auf Deadpool? Weil die Macher in dem Kontext, glaube ich, diesen Namen auch gebracht haben. Also, dass zumindest der Film, beziehungsweise der Superheld, in dessen Rolle der Peter Dinklage schlüpft, halt so in die Richtung gehen soll, was auch Sprüche etc. angehen soll. Ja, er soll in dem Film oder in dem Reboot-Remake von The Toxic Avenger, der in Deutschland ja Atomic Hero heißt, da soll er die Hauptrolle spielen. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Wegen der Größe? Ja. Also, wenn, müsste er eigentlich durch den Unfall, indem er da in den radioaktiven Müll reingerät, müsste er eigentlich wachsen dann. Okay, also das heißt, der soll auch wirklich dann den Hero an sich spielen oder nur den, der dazu wird? Das weiß ich doch nicht. Ja, weil, also das klingt für mich so, als würde er halt den Nerd spielen, der dann halt zum Toxic Avenger wird, mutiert und dann halt größer wird, weil ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Also, er soll die Hauptrolle spielen, dann wird er wahrscheinlich den Melvin spielen. Ja, genau. Und wie der Zufall so will, haben wir schon eine Besprechung zu The Toxic Avenger recordet und geschnitten. Ja. Ja, und die kommt demnächst raus. Könnt ihr euch mal drauf freuen? Deswegen fand ich das so interessant, dass auf einmal jetzt, weil in diesem Review, kleiner, ist ein Teaser, kein Spoiler, sagen wir auch, dass der Film sehr viele aktuelle Themen behandelt oder Themen, die wieder aktuell sind. Umso interessanter, dass jetzt dieser Film geremaked wird oder ein Reboot, wie auch immer, erhält. Und ganz interessant ist noch der Regisseur. Ja, ein Kanadier, ne? Macron Blair. Ja, was hat er so gemacht? Hauptsächlich hat er natürlich unter der Regie von Saulnier geschauspielert, bei Filmen wie Green Room. Blue Ruin, den ich letztens erst besprochen habe im Podcast. Genau. Aber er hat auch selber schon Regie übernommen. Und das wäre jetzt sein zweiter Film. Wir hatten auch über sein Erstlingswerk gesprochen. Das war auch dieses Jahr. Ja, I Don't Wanna Live in This World Anymore. Eine sehr hervorragende schwarze Komödie. Aber ich muss dich korrigieren, der heißt I Don't Feel Home in This World Anymore. Das meine ich doch. Ja, also, das ist für mich auf jeden Fall schon mal eines der positiven Nachrichten in dem Kontext, weil so von Toxic Avenger brauche ich persönlich kein Remake. Besonders nicht von einer Schmiede, die dann halt ordentlich Geld reinpumpft, weil das ja eigentlich auch den Charme des Originals ausgemacht hat, dass das eine Low-Budget-Produktion ist. Eben, Troma. Die Leute, die einfach auf alles geschissen haben, die gesagt haben, komm, wir wollen Blut und wir wollen Nacktheit und wir machen hier alles rein, so wie wir das wollen. Und wenn wir das Geld dafür nicht haben, scheißegal, dann sieht das eben so aus. Ja. Ich weiß nicht, also insgesamt ist es halt so überflüssig, gerade weil dieser Film dadurch, dass die Themen heute wieder aktuell sind, so zeitlos ist. Ja. Also, es macht es ja noch überflüssiger. Auf jeden Fall, aber es gibt halt eine Sache, die wirklich noch Mut macht, dass daraus was werden könnte. Und zwar? Die Originalmacher Lloyd Kaufman und Michael Hertz sollen hier mit als Produzenten agieren. Ja, das ist aber so eine Sache, das höre ich immer wieder bei irgendwelchen Remakes. Da heißt es dann, ja, der Regisseur von damals, der ist da auch irgendwie involviert. Und dann kriegen die ein paar tausend Dollar in die Hand gedrückt, nur damit die dann so ein bisschen sagen, ja, der Film ist ganz geil. So wie John Carpenter bei dem Halloween-Remake zuletzt, oder in diesem zweiten Teil. Da hat er dann auch ein paar Mal in die Kamera gesagt, ja, ja, ist eine super Idee, total toll geworden. Ja, 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 super, ganz toll, danke, 10.000 Dollar. Nee, glaube ich nicht, fühle ich nicht. Also, noch fühle ich es nicht. Aber, ne, wenn man bedenkt, dass vor genau zehn Jahren schon mal ein Reboot oder Remake oder was auch immer geplant wurde, damals war das ja als PG-13-Comedia geplant, dann kann man sich jetzt zumindest bei den Machern halt auch, sag ich mal, die Hoffnung machen, dass das vielleicht sogar ein R-Rating kriegt, beziehungsweise halt auch entsprechend dem Gewaltdarbietung, sag ich mal, des Originals hueligen wird. Ja, ich weiß nicht, wenn man PG-13 will, dann kann man sich auch die Zeichentrick-Serie angucken. Ich weiß nicht, also ich sehe da noch nicht viel Licht, ich sehe da eher die dunkle Seite der Macht momentan. Peter, was ist los? Hast du Corona schon bekommen, oder was? Ja, also das habe ich heute erfahren. Ich habe das bei den Nachrichten, die ich über seinen Tod gelesen habe, habe ich das gar nicht gemerkt, dass der wegen Corona, an Corona verstorben ist. Der David Prowse? Ja. Ach so, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Das ist auch immer schwierig, finde ich, bei so Leuten, die halt schon so Mitte 80 sind und die auch schon lange eigentlich nichts mehr gemacht haben, so in so eine tiefe Trauer zu verfallen. Ich finde, das wirkt dann so ein bisschen aufgesetzt manchmal. Okay. Nicht, dass ich das anderen vorwerfe, natürlich überhaupt nicht, aber ich persönlich habe da jetzt nicht viel empfunden. Ja, oder? Da hat Darth Vader gespielt. Okay, ja. Also hat er gut gemacht, danke. Cool. Hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht, ne? Aber, also für mich ist jetzt ja auch kein ganz großer gegangen. Ja, aber so eine kleine Schweigeminute können wir jetzt gönnen, oder? Ab jetzt. Ja, natürlich. Das ist jetzt gar kein Zynismus. Ich will mich auch gar nicht lustig machen über irgendwas. Es ist halt ein bisschen schwierig jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Das ist eine Woche später, glaube ich, ungefähr. Da hat schon jeder so sein Bild gepostet. Da hat schon jeder so ein, zwei Sätze geschrieben und so seine tiefe Trauer bekundet. Und seine Autogramme gepostet und seine Fotos mit dem. Und das finde ich immer schwierig bei diesen Celebrity-Toden, Promi-Toden. Das ist dann irgendwie, das ist so nach ein, zwei Tagen, eigentlich schon nach fünf Minuten, ist man irgendwie schon so spät dran, dass man irgendwie selbst so ein bisschen gehemmt ist. So, ja, jetzt, soll ich jetzt auch nochmal irgendwie was schreiben? Oder sollen wir jetzt auch nochmal was sagen? Ich finde das immer so ein bisschen komisch. Geht's dir nicht so? Also, ich hab nichts dazu gepostet oder keine Bilder oder so verteilt, sag ich mal. Ich fand's jetzt nur nett, sag ich mal, ihn dann nochmal erwähnt zu haben und quasi so seinen, ja, in Anführungsstrichen Stellenwert, sag ich mal, hervorzuheben. Den er jetzt bei mir gar nicht so groß hat, weil ich jetzt auch gar nicht der größte Star-Wars-Fan bin. Aber, ich meine, er hat halt schon ein paar coole Rollen, ne? Hat ja unter anderem auch für Kubrick gearbeitet, war Frankensteins Monster und so. Wirklich in Trauer würde ich wirklich nur bei ganz wenigen, sag ich auch mal, verfallen. Da würde ich aber auch nichts posten zu. Ja, deswegen hat mich das gewundert, dass du das Thema haben wolltest hier jetzt im Podcast. Aber ich sag ja, also, ich kann das alles verstehen, was du sagst, ne? Nur ich persönlich finde das dann halt, wenn ich, das ist ja so, und zwei Minuten, nachdem ein Promi gestorben ist, ist das Internet voll mit Rest-in-Peace-Meldungen und jeder kramt nochmal ein Foto raus, mit dem er irgendwie, wenn er darauf zu sehen ist, mit ihm zusammen oder irgendwelche Sachen mit Autogramm. Und das ist eigentlich so nach dem 20. 30. Post, also Post habe ich dann schon irgendwie ein bisschen die Schnauze voll. Ja, kann ich verstehen. Aber es gibt ja auch ein paar positive Nachrichten zu verzeichnen, ne? Ja, wieso? Wer ist denn gestorben noch? Der Jason X auf dem Index ist gestorben. Ja, das ist sehr schön, kurz nachdem der noch von den Kollegen vom Sin Entertainment Talk im Podcast besprochen wurde. In der geschnittenen Fassung? Natürlich. Die besprechen ausschließlich geschnittene Filme. Sehr schön. Ne, das war bis vor kurzem, glaube ich, der letzte überhaupt noch auf dem Index. Ja, letztes Jahr ist der Jason Goes to Hell von Index gefallen und dieses Jahr hat's den im Weltraum getroffen. Ja, sehr unterschätzter Beitrag, finde ich. Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch ein ziemliches Fun-Movie. Ja, also dafür, dass es der zehnte Teil einer Reihe ist, der auch noch im Weltraum spielt, das muss man sich erstmal reinziehen. Ich meine, der Leprechaun hat's auch in den Weltraum geschafft. Pinhead auch, so bei Hellraiser auch so ein bisschen. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass das ein so unglaublich unterhaltsamer Film ist. Der macht richtig Party und ich kenne auch jemanden, der sagt sogar, das ist der einzig gute Freitag, der 13. Film. Fängt mit C an und hört mit Kellerbach auf? Ne, ausnahmsweise eher nicht, aber der Tom, der Tom, der auch bei Sin Entertainment Talk dabei ist. Krass. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde auch sagen, so von wegen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was man an dem Film groß auszusetzen hat. Also, ich meine, das hat man ja auch in den Zahlen gesehen, weil das nach Jason Takes Manhattan und Goes to Hell das schlechteste Einspielergebnis überhaupt erzielt hat. Weil der hat vor allem eine coole Gegnerin hier. Ja. Wir haben so einen Androiden hier von Lisa Ryder gespielt. Wir haben Kane Hodder wieder als Jason. Wir haben David Cronenberg in der kleinen Nebenrolle, Cameo mehr oder weniger Auftritt. Was mich immer ein bisschen geärgert hat, waren die digitalen Spezialeffekte, die hier zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Ja, die waren damals noch nicht so ganz so. Ja, aber dafür waren die Tötungssequenzen, die Tötungsszenen relativ innovativ. Da renne ich nur an den flüssigen Stickstoff oder was das war. Ja, das ist einer der besten Kills der ganzen Reihe, würde ich sogar sagen. Ja. Und es gibt ja dann, also im siebten Teil, wenn wir uns erinnern, Jason im Blutrausch, da ist es ja so, dass es eine Szene gab mit dem Schlafsack. Ja. Die ist ja geschnitten. In der R-Rated-Fassung fehlen da so ein paar Frames und da fehlen da noch, ich glaube, ein, zwei Sekunden oder es geht noch länger. Und das wurde ja quasi in Jason 10 oder Jason X dann nachgeholt. Ja, korrekt. Und das ist eigentlich, das finde ich auch ganz gut. Ja. Ja, aber wenn ihr da mehr zu, eigentlich wollten wir gar nicht über den Film so lange sprechen, wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, hört doch mal bei den Kollegen hier vom Stan Entertainment Talk rein. Die haben den auseinandergenommen, vielleicht machen wir das nächstes Jahr auch nochmal. Wir zwei jetzt? Ja, vielleicht können wir auch nochmal ein bisschen über Freitag der 13. sprechen, irgendwann. Genau, vielleicht fällt ja irgendwann mal der Podcast auf den Freitag der 13. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist doch ganz schön. Ganz schön akimbo. Kannst du dich noch an ganz akimbo erinnern, Peter? Ja, weil ich mir jetzt nochmal angeschaut habe. Genau, der Verleiher Leonine, die wollten uns im Sommer, als der Film ja im Kino lief, wollten die uns ja leider keinen Screener zur Verfügung stellen. Und dann mussten wir den im Kino sehen und zwar geschnitten und synchronisiert. Jetzt waren die so nett und haben uns die ungeschnittene Fassung zugeschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt haben wir uns den nochmal angeguckt und besprechen den, weil er jetzt am 4. Was kommt da raus? 4. Dezember kommt er in den Handel. Heute. Stimmt. Ja, genau. Richtig. Heute ist ja der 4. Vollkommen korrekt. Und deswegen besprechen wir den nochmal, weil ich wollte den ja, das habe ich ja damals schon gesagt, ich so, ah, synchronisiert und geschnitten. Ich muss das in die Bewertung mit einfließen lassen und wir haben ja irgendwie attestiert, ich habe mir unser Review nochmal reingezogen und wir haben attestiert, dass wir nicht die Zielgruppe dafür sind, dass er aber insgesamt irgendwie doch ganz unterhaltsam war. Ja, ganz okay war auf jeden Fall. Hat sich was geändert, Peter? Wie ist dein Eindruck jetzt von ganze Kimbo? Hat sich nicht groß geändert. Ich war lange Zeit sogar zumindest aus Erinnerungen heraus ein bisschen negativ eingestellt. Das hat sich dann im Laufe des Films zu Glück wieder geändert, sodass ich dann quasi so ein Kompromissende hatte, mehr oder weniger. Mich hat immer noch das gestört, was damals auch angesprochen wurde. Und ich muss leider gestehen, unabhängig davon, dass mir das gar nicht mehr so richtig bewusst war, was jetzt davon im Kino damals geschnitten war, dass das keinen Mehrwert hatte, den Film ungeschnitten gesehen zu haben. Au contraire, mon frère. Ich sehe es ein bisschen anders. Ja, sehr gut. Ich sehe es tatsächlich sehr anders. Ich fand den beim zweiten Mal gucken viel besser. Viel besser sogar? Fangen wir erstmal an. Jetzt, da wir die Blu-ray geschaut haben, man konnte ihn erstmal im Original sehen. Ja. Und ich finde, es tut mir leid an die, also sorry an die ganzen Synchro-Fans, aber es ist einfach die Art, den Film zu gucken, ist halt in der Originalsprache. Und es ist was anderes, wenn Rice Darby irgendwie mit seiner Originalstimme zu hören ist und insgesamt war das einfach viel stimmiger. Ist immer noch ein bisschen merkwürdiger Film. Wir sind immer noch nicht die primäre Zielgruppe. Das würde ich weiter so sehen. Aber es gab ein paar Sachen. Natürlich kann ich mich auch nicht jetzt an jeden kleinen Shootout erinnern, aber es gab ein paar Szenen, da war ich mir ziemlich sicher, ah, das haben wir so im Kino nicht gesehen. Und da hat er mehr Spaß gemacht. Es gibt zwar immer noch die komischen Pop-Songs, also altbekannte Pop-Songs, die neu aufgelegt wurden. Ja, das ist irgendwie sehr erzwungen. Das ist einfach so für die jüngere Generation, sprich für die aktuelle Zielgruppe, einfach nochmal zurechtgerückt oder in Form gepresst. Das fand ich dann nicht so dolle. Daniel Radcliffe hat mir hier auch irgendwie mehr Bock bereitet, obwohl seine Figur weiterhin einfach ein Arsch ist. Ja, muss man so sagen. Komm, der ist ein Internet-Troll. Ja, natürlich, klar. Aber war der jetzt in der OV irgendwie, wirkte das Schauspiel besser oder was hat dich da jetzt mehr überzeugt? Ja, der war nahbarer. Ich habe mehr die Figur gespürt. Also mehr den Charakter, die Persönlichkeit hinter der Fassade. Das klingt ein bisschen komisch. Ist aber so. Und wie ist das mit der Samara? Ja, die macht das cool. Ich finde, die Rolle, die Figur ist natürlich also shallow. Da ist keine Tiefgründigkeit. Da ist also bei keinem dieser Figuren. Ja, alles sehr oberflächlich. Es ist alles oberflächlich, aber ich konnte es hier beim zweiten Mal ein bisschen mehr verzeihen. Ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse. Und der Film ist halt so. Der Film will ja auch nichts anderes sein. Der sagt ja im Prinzip, so schallt das Gehirn aus, guckt dir jetzt die bunten Bilder an und okay. Da passt natürlich dann nicht. Das konterkariert ein bisschen, dass man trotzdem versucht, irgendwie so eine Story reinzubringen. Und zum Beispiel dieses, wenn er angeblich, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen in die Luft, wenn er angeblich erschossen wird, dass man da nochmal zurückspult und das dann nochmal zeigt, das hätte man sich schenken können. Ja gut, das war halt für den Überraschungseffekt, ne? Ja, aber das hätte man, also das war ja klar. Ja, ja, klar. Sobald die miteinander reden, ist ja klar, was passiert ist. Ja. Das Einzige, was da noch rauskommt, ist ja diese Verbindung mit dem Vater. Und das ist natürlich auch alles irgendwie Quatsch. Ich finde, wenn man schon so einen Quatschfilm macht, so dann auch auf alles scheißen. Dann auch Story egal, finde ich. Und dann nicht versuchen, noch eine Story reinzubringen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand den beim zweiten Mal besser. Ungeschnitten und im Original ist er auf jeden Fall besser als anders. Okay, besser ist aber immer noch nicht gut. Ja. Ja. Das hätte man echt schöner lösen können. Es ist halt krass, dass die Nix, ne? Die Figur von der Samara Weaving. Trifft nix. Ja. Die trifft normalerweise alles. Ja. Nur wenn sie zwei Meter vor dem Daniel Radcliffe, vor seiner Figur steht, dann ballert sie daneben. Ja. Oder schießt, das habe ich auch noch, schießt mit einem Raketenwerfer eine Drohne ab. Vollkommen sinnlos. Ja gut, das hat sie gemacht, weil sie ihn nicht abschießen konnte, weil er immer im Auto abgehauen ist. Ja, aber warum hat sie das nicht gemacht? Sie hätte das locker machen können. Weil die hätte auf jeden Fall getroffen. Ja. Kollateralschaden. Also auf einmal hat sie dann ein gewissen, wie gesagt, die Probleme bleiben die Probleme. Ja. Ich finde nur, die haben mich ein bisschen weniger genervt und dafür fand ich andere Sachen cooler. Also ist er bei mir insgesamt in der Gunst gestiegen. Okay. Und trotzdem, dich hat auch nicht das CGI blöd gestört? Also nicht mehr als vorher jetzt. Okay, gut. Ja, ich dachte vielleicht, weil man es jetzt ja auch häufiger sieht. Das ist halt das Stilmittel des Films, damit habe ich mich ja dann schon vorher arrangiert. Das wusste ich ja. Ja, okay. Ja, freut mich für dich. Schade für dich. Oh ja, mein Gott. Ich habe noch viel Schlimmeres geguckt diese Woche. Ja, ich bin nämlich jetzt sehr gespannt, weil du hast ja eine Trilogie gekauft vor ein paar Wochen. Oder richtig heißt es ja Triologie. Richtig. Richtig. Wir sagen das immer falsch. Wir sagen immer Trilogie. Eine Trilogie und zwar die Bloodthirsty Trilogy. Meine Prognose war ja schon nach den ersten zwei Reviews totaler Griff ins Klo. Dann hast du es ein bisschen relativiert und meinst, nee, so schlimm war es nicht. Aber der dritte Teil, wie heißt der? Also im internationalen Titel Evil of Dracula. Und auf Japanisch? Das weiß ich nicht. Das kann ich ja auch sprechen. Aber ins Englische wörtlich übersetzt Bloodsucking Rose. Okay, wir hatten jetzt, der erste Teil war nochmal was? Vampire Doll. Vampire Doll, dann war Lake of Dracula. Genau. Und jetzt kommt der dritte und ich frage dich, wie blutdurstig ist er und kann der dritte Teil diese Trilogie retten? Ich bin total gespannt. Er kann sie abschließen. Immerhin. Ja, ja gut, ich meine abschließend ist er ja auch hier weit hergeholt, weil die ja total lose zusammenhängen. Also die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber bist du froh, dass es jetzt vorbei ist? Ja, auch. Aber ich bin auch froh, es gesehen zu haben, weil das halt schon Exoten sind. Ich bin im Moment auch immer weiter auf der Suche nach interessanten Vampirfilmen. Aber das waren hier wirklich mal Raritäten, Kuriositäten vor allem. Fand ich sehr interessant, die mal gesehen zu haben. Aber im Endeffekt bleibt halt so der fade Beigeschmack, dass es im Endeffekt schon eher, sag ich mal, Kopien von den glorreichen alten Hammerfilmen ist. Leider halt auch nicht mehr. Also ich habe hin und wieder bei dem einen oder anderen Kritiker gelesen, dass dort man auch kulturelle Dinge so ein bisschen verarbeitet. Besonders halt der Unterschied zwischen Westen und Osten, also von der westlichen Welt und vor allem halt der japanischen Kultur. Dadurch, da ich die Kultur zu wenig kenne, konnte ich das nicht so eindeutig verifizieren. Hat sich für mich im Film jetzt auch nicht erschlossen. Aber ja, man kann halt darin auch viel mehr und viel Interessanteres sehen, als das für mich halt der Fall war. Ich tue mich quasi bei allen Teilen irgendwie schwer, dem auch Punkte irgendwie zu geben. Ja, aber wir sind ja nicht bei den Bewegtbild-Bannausen. Das ist korrekt. Also wir geben ja hier keine Punkte und streiten uns über 0,5 Punkte. Schöne Grüße an Liam Cass. Das war jetzt auch gar nicht meine Ambition, hier Punkte, sag ich mal, zu geben. Aber ich tue mich auch so ein bisschen schwer, so eine Empfehlung ist das in allen Fällen nicht. Also den ersten hätte ich dir empfohlen, weil da sehr viel Bava auch drin war, was so die Optik anging. Durch den zweiten und jetzt vor allem den dritten haben wir halt auf jeden Fall eine deutlich stärkere Orientierung Richtung der Vorlage. Hammer halt. Das wird alles ein bisschen mehr homagiert und vor allem halt auch, was die Geschichte an sich angeht, ist das schon deutlich näher halt auch an Bram Stoker beispielsweise. Hier in dem Teil ist es so, dass wir uns an einer Schule befinden. Dort kommt ein Professor hin, der quasi dort den Dekan oder den Schulleiter halt quasi ersetzen soll. Dadurch, dass der aktuelle Schulleiter von Shin Kishida gespielt wird, weiß man auch sofort, das soll der Dracula sein. Abgesehen davon, dass das Wort Dracula in diesem Film nicht einmal fällt. Im Vorgänger war es, glaube ich, zumindest so, dass der Name mal gefallen ist. Und auf dem Campus verschwinden dann halt auch ein paar Mädchen. Ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was mit denen passiert. Ja klar, was auch sonst. Ein Vampirfilm. Das heißt, der nimmt dann halt auch so ein paar Geschichtselemente, sag ich mal, späterer Fortsetzungen. So Dracula-Jagd, Minimädchen und solche Geschichten. Das ist schon deutlich näher dran und wesentlich uneigenständiger als die Teile davor. Deshalb konnte ich mit dem auch ein bisschen mehr anfangen, weil der ein bisschen, der ist ein bisschen actionlastiger. Es passiert ein bisschen mehr. Wir haben auch ein paar mehr weibliche Vampire. Dadurch geschuldet halt auch ein bisschen nackte Haut, sag ich mal. Nein, Jean Roland gefällt das. Ja, nicht so explizit. Das muss man schon sagen. Die sind anscheinend etwas frigide. Also man sieht nicht. Ah, Jean Roland gefällt das nicht mehr. Ja, aber Jean Roland würde, glaube ich, auch so der erste mit Abstand am besten gefallen, weil er sich da, glaube ich, auch so was Farbgebung, Farbdramaturgie angeht, sag ich mal, wiederfinden würde. Ich habe ein Zitat von einem Kritiker gefunden, der das Ganze schön zusammenfasst und quasi alle über einen Kampf schert. Also beziehungsweise was stellvertretend für alle gilt. Der meinte... Nicht so schlimm wie Dracula 3D. Nee, der meinte gleichzeitig trivial und kompliziert. Und das ist halt auch so das Hauptproblem, das alle drei Filme hier haben. Dass hier häufig das Ganze zu kompliziert angefasst wird, was man beim dritten Teil nicht mehr ganz so krass sagen kann. Aber dennoch würde ich sagen, ist das so das, was die Trilogie am besten, sag ich mal, beschreibt. Also wir haben jetzt im dritten Teil quasi eine etwas uninspirierte Wiederholung von den Features, sag ich mal, der Filme davor. Er zitiert in dem Film auch häufig, weil das ja vom gleichen Regisseur ist hier, Michio Yamamoto, der alle drei Filme gemacht hat. Der zitiert sich sehr häufig, nimmt auch Szenen der ersten beiden und wandelt die ein bisschen ab und macht dann quasi auch so ein bisschen Mischmasch aus den ersten beiden. Findest du besser als Dracula 3D? Ja. Das liegt daran, dass ich bei Dracula 3D nicht den Spaß hatte, den du hattest. Ja, ja, ich sage ja nicht, dass der gut ist. Ich hatte ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich Spaß, aber nicht so, wie sich das Dario Argento vielleicht gewünscht hat. Wahrscheinlich. Also für die Bloodthirsty Trilogie hast du tatsächlich ein bisschen Liebe. Sagen wir mal so, die Liebe ist so groß, dass ich sie nicht verkaufen werde. Ja, irgendwas muss die Regale ja voll machen. Oh ja, und die wachsen. Jetzt so Weihnachtszeit. Die Regale wachsen? Ja, der Inhalt der Regale. Und es werden auch neue Regale angebaut. Was denn anbauen? Ich habe schon die Uhr gestoppt und bin nicht enttäuscht. Ja, nicht schlecht. Ganz gut reagiert. Ja, wir haben es ja den Leuten auch versprochen, dass wir irgendwann so eine Roomtour machen, weil wir immer so viel über unsere Sammlungen sprechen. Ich glaube, manche haben einen falschen Eindruck, dass das alles total spektakulär ist und letztlich sind das halt Regale, in denen Filme stehen. Aber okay, wenn das Leute interessiert, wir machen das gerne mal für euch. Dann zeigen wir euch mal unsere prachtvollsten Stücke. Pun intended. Ja gut, ich habe tatsächlich ein bisschen Liebe für den nächsten Film. Ach, das ist aber schön. Der Film heißt Love Actually aus dem Jahre 2003. Auf Deutsch heißt er tatsächlich Liebe. Schön übersetzt. Ja, immerhin. Ich habe so ein bisschen Pause gelassen, weil im deutschen Titel sind drei Punkte drin. Tatsächlich Liebe. Es ist von Richard Curtis und Matt Whitecross. Ich glaube, so ziemlich jeder kennt den Film. Es ist ja gerade auch die passende, nicht nur Jahreszeit, sondern auch die, es ist Holiday Season, es ist Weihnachten. Und wenn es schon keine Weihnachtsmärkte gibt, es ist ja halt gerade Pandemie, muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen. Dann macht man sich die Stimmung eben mit diversen Serien, Filmen, die man halt so guckt. Und Love Actually, der gehört da genauso zu inzwischen wie Kevin allein zu Haus oder auch Christmas Chronicles, der jetzt so ein moderner Weihnachtsklassiker zu werden scheint. Und man weiß es nicht. Den habe ich mir mal wieder angeguckt. Und der ist halt echt cool. Der Cast ist einfach unglaublich. Also ich bin der Meinung, dass sowieso jeder den Film kennt oder zumindest schon mal davon gehört hat. Alles andere würde mich stark wundern. Du provozierst mich gerade, oder? Ach so, du hast ihn ja nicht gesehen. Stimmt. Naja, jeder, der ein Herz hat und der hat eine Herausforderung, der sich auch mal traut, vielleicht eine romantische Komödie zu sehen. Es ist eine romantische Komödie, das kann man ganz klar so sagen, aber eben mit dem ... Warte mal gerade, Entschuldigung, da muss ich kurz eingrätschen. Toxic Avenger ist auch eine verdammt romantische Komödie. Absolut. Und das werden wir auch in unserem Videoreview unter Beweis stellen. Ja, ich wollte nur damit sagen, ich gucke mir auch romantische Komödien an. Die habe ich nur leider noch nicht gesehen. Werde ich aber nachholen. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut. Romantische Komödie, eine Rom-Com sozusagen, mit dem richtigen Maß an Kitsch. Natürlich kommt man nicht ganz um den Kitsch rum, aber ganz ehrlich, Weihnachten, so, da darf auch Kitsch sein. Ja, das Fest der Liebe, dann auch bitte Liebes ... Es sind ja mehrere Liebesgeschichten, die hier alle so ein bisschen miteinander verwoben sind. Also wir haben Hugh Grant zum Beispiel als Premierminister, dann wir haben Keira Knightley, wir haben Liam Neeson, Colin Firth und dann Thomas Brody Sangster. Den habe ich zuletzt in der Serie The Queen's Gambit gesehen. Serie, da geht es um so eine Dame hier, gespielt von Anya Taylor-Joy. Die hat bei The Witch mitgespielt und die ist sehr, sehr gut im Schach. Das ist eine Romanverfilmung. Sehr coole Miniseries mit sieben Folgen. Ja, wir haben aber auch noch Alan Rickman. Wir haben Emma Thompson. Wir haben Bill Nye. Bill Nye ist ja hier der heimliche Star, weil er spielt hier so einen abgehalfterten Rock-Pop-Star, dem alles so ein bisschen egal zu sein scheint und der seinen Manager zur Weißglut treibt, indem er sich halt in diesen ganzen TV- und Radiosendungen total daneben benimmt. Also er ist total super. Emma Thompson hatte ich schon gesagt. Andrew Lincoln, damals noch total unbekannt. Mittlerweile kennt ihn jeder durch The Walking Dead, was mal wieder beweist, dass einfach in jeder erfolgreichen amerikanischen Serie einfach die Briten das ausschlaggebende Argument sind und die wichtigen Schauspieler. Naja, bis in, also Martin Freeman, Rowan Atkinson, also auch noch in so kleinen Nebenrollen. Heike Makatsch hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Die spielen nämlich auch noch mal mit. Also wirklich bis in die kleinste Nebenrolle hochkarätig besetzt oder zumindest bekannt besetzt. Und was soll ich sagen? Also diese Liebesgeschichten, das sind verschiedene Sachen. Einmal haben wir den Premierminister, der sich ein bisschen in seine Assistentin verknallt. Da haben wir so dieses Ding, wie mache ich das als, also jemand, der so ein ganzes Land regiert und da so im Fokus steht, dann aber total unbeholfen ist, was so das soziale Interagieren mit vor allem dem anderen Geschlecht oder halt mit dem bevorzugten Partner dann eben ist. Wie soll ich das angehen? Da ist er total unsicher. Dann haben wir Alan Rickman als Chef von so einer Firma, der die ganze Zeit von seiner Assistentin angegraben wird, von Heike Makatsch eben und der sich dann irgendwann entschließt, ihr dann doch irgendwie so ein bisschen nachzugeben, ohne jetzt körperlich zu werden. Dann haben wir noch den, der Andrew Lincoln, der spielt jemanden, der sich in die Frau seines besten Freundes verguckt hat. Das ist natürlich eine ganz bescheuerte Situation. Also er war auch auf der Hochzeit, er war natürlich der Trauzeuge und dann hat er ein Video gemacht und, also Keira Knightley spielt dann seine Angebetete. Colin Firth verliebt sich auch in das Haus, in das portugiesische Hausmädchen. Da ist es so, dass er halt, er versteht kein Portugiesisch und die Portugiesen kann kein Englisch. Und somit kommunizieren die einfach nur, also die verlieben sich beide ineinander, aber sie verstehen nicht, was sie sagen. Sie müssen sich anderweitig helfen. Ja, genau und einfach über, ja, wie man sich halt sonst verständigt. Das ist alles cool, weil das halt so verschiedene Ebenen oder verschiedene Arten von Liebe auch zeigt. Und unterschiedliche Kommunikationsformen. Genau. Liam Neeson spielt einen Witwer, dessen Sohn, das ist eben dieser Thomas Brody Sangster, der spielt den Sam und Sam ist halt total verliebt in eine Schulkameradin und ja, Liam Neesons Charakter Daniel hat halt noch nicht ganz so den Tod, glaube ich, der Frau verarbeitet. Und über ein paar Ecken sind die alle miteinander, also die arbeiten entweder miteinander oder sind irgendwie über ein paar Ecken verwandt und so verschmilzen diese Geschichten. So ein bisschen ineinander. Und das Ende ist dann schön. Es ist nicht unbedingt ein Happy End für jeden, aber schon teilweise relativ realistische Sachen. Also zum Beispiel, dass jetzt Andrew Lincoln jetzt seinen besten Freund da die Frau ausspannt, ist nicht so. Ja, okay. Aber das hat auch ein relativ zufriedenstellendes Ergebnis. Okay. Ja, oder eine Pointe. Und auch eine der romantischsten Szenen überhaupt. Die wurde auch, glaube ich, schon in anderen Filmen schon häufig referenziert. Also, der kann man sich immer wieder angucken, gerade zur Weihnachtszeit. Ist einfach schön. Und vor allem, der ist halt lustig. Die Briten haben es halt drauf. Gerade hier der Richard Curtis, der hat ja auch viele Sachen geschrieben, wie zum Beispiel Notting Hill. Das ist ja auch eine Rom-Com, die eher witzig ist als wirklich zu romantisch kitschig. Oder vier Hochzeiten und ein Todesfall, sowas. Aber hat der nicht auch Bienen gemacht? Ja, aber ich habe Bienen nie gesehen. Ja, okay. Aber der ist wahrscheinlich nicht so kitschig auch. Ist auch eher lustig als kitschig. Ja, albern, sagen wir es doch. Ja, ist halt ein Mr. Bean, ne? Ja. Ja, so ist das. Wieso hast du denn Claudia Schiffer verschwiegen? Weil das, Spoiler. Ach, echt? Der Daniel, die Figur, die von Liam Neeson gespielt wird, der sagt die ganze Zeit, also wenn er dann irgendwie, ne, also bei Claudia Schiffer würde er schwach werden. Ah. Ganz am Ende taucht eine Mutter eines Klassenkameraden auf, die ebenfalls alleinerziehend ist und die wird gespielt von Claudia Schiffer. Ah. Ja, Spoiler. War geschickt von mir, ne? Ja. Der Film ist 17 Jahre alt. Ja, Peter, tu dir den ruhig mal an. Ist witzig. Wie? Kann ich mir den anschauen? Auf Netflix, glaube ich. Ich dachte, du sagst jetzt auf dem Fernseher. Gut, mit Netflix kann ich was anfangen. Netflix kannst du auch auf dem Tablet oder auf dem Handy gucken. Oder auf dem Notebook oder was auch immer. Ja, ich hoffe, also das sind halt viele Situationen. Ich weiß nicht, der eine oder andere war vielleicht schon mal in einer. Ich weiß nicht, hast du, warst du schon mal in die Frau oder Freundin eines Kumpels verliebt? Oder fandst du die toll? Äh, nicht, der ich wüsste. Naja, ich glaube, das wäre echt blöde. Ja, auf jeden Fall. Oder in die Mutter? Oder in die Schwester? Jetzt hör mal auf. Äh, nee. Nee? Aus Erinnerungen heraus nicht. Oder warst du schon mal in jemanden verliebt, mit der du dich nicht, oder mit dem, je nachdem, mit dem du dich nicht unterhalten konntest? Andere Sprache und keiner konnte die andere Sprache? Naja, da die meisten ja eigentlich können, ist das eher ja auch unwahrscheinlich, ne? Ja. Okay, gut. Es sind ein paar Situationen, die wahrscheinlich nicht jeder mal hatte. Aber zum Beispiel, dass man sagt irgendwie, oh, die und die finde ich total toll. Und dann ist sie aber kurz davor, wegzufliegen. Und verlässt das Land. Ja. Und dann ist halt die Frage, was macht man, ne? Gesteht man dann die Liebe oder nicht? Naja, ist auf jeden Fall, geht immer noch der Film. Geht ans Herz, ne? Tatsächlich. Nein, diesmal ist ja wirklich richtig gut gepasst, ne? Ja. Ja. Ja, komm, in welche Richtung schlägt das Pendel jetzt aus? Zum Pit, zur Grube, würde ich sagen. Zu einem Roger Corman-Film. Die Grube und das Pendel. So heißt eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Im Original heißt die The Pit and the Pendulum. Korrekt. Und der dazugehörige Film aus dem Jahr 1961 von Regisseur Roger Corman heißt Das Pendel des Todes, auf Deutsch. Ja, Peter, basierend auf einer Geschichte von Edgar Allan Poe, hast du diese Geschichte denn gelesen? Ja. Ernsthaft? Boah. Ich bin, also, Alter, das ist mir gerade wirklich mein Buttplug aus dem Arsch gefallen vor lauter... Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Du bist vor allem ziemlich ekelhaft. Wieso? Ja, hier mit Buttplug im Arsch mit mir reden. Ja, hä? Das ist nicht besonders höflich. Galt dich meine Stimme nicht genug auf? Brauchst du da noch anale Erregungen oder was? Wer ist jetzt hier der Ekelhafte? Ja, die Geschichte, ja, die Edgar Allan Poe-Geschichte, die ist halt komplett anders. Ja, ich meine, ne, also ich meine, die einzige Inspiration dieser Geschichte ist hier fürs Ende, sag ich mal. Ja. Und das auch noch dann in völlig, ja, ja, schon in deutlicher Abwandlung. Ist halt im Endeffekt auch nur eine Inspiration. Ja, genau. Also warum der Film so heißt, ist halt, glaube ich, nur wegen der Ur-Reber-Rechts-Geschichten, sag ich mal. So, und weil man es besser vermarkten kann. Ja, in der Edgar Allan Poe-Geschichte ist es so, dass ein Mann, der wird in Kerker gesperrt im Prinzip. Zum Tode vorurteilt. Ja, und dieser Raum, der verengt sich halt immer weiter. Ja, erst mal kommt das Pendel, ne? Ach so, okay, stimmt. Das Pendel von oben, das geht dann immer weiter runter. Ja, und er kann sich durch die Hilfe von Ratten, kann er sich befreien, weil die Fesseln. Genau, also er ist gefesselt, ja genau, er ist gefesselt, das muss man sagen, und er schmiert irgendwas an die Fesseln. Überreste seines Essens. Genau, und dann knabbern die Ratten das durch. Genau. Aber damit nicht genug, dann irgendwann schieben sich die Wände noch zusammen und er ist halt kurz davor, in die Grube zu fallen. Genau. Weil es ja auch eine Grube gibt, sonst würde der Titel die Grube und das Pendel keinen Sinn ergeben. Richtig. Und dann, kurz vor Schluss, rettet ihn eine Hand. Ja, Frank Reis. Ja, und die Geschichte in dieser Roger Corman-Verfilmung, die ist eine ganz andere. Korrekt. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Kostümgrüselfilm vorliegen. Ja. Ja, in der Hauptrolle natürlich auch für Corman beliebt, sag ich mal, der Vincent Price. Natürlich. Und der spielt hier Don Nicolas Medina, der im 16. Jahrhundert in Spanien auf einer Klippe gelegenen Schloss wohnt. Und beklagt halt den Tod seiner Frau. Und deren Bruder kommt aufs Schloss auf der Suche nach ihr. Genau. Die Frau, die wird übrigens gespielt von Barbara Steele. Ja, kennen wir unter anderem aus Der Schwarze Sonntag. Die Stunde, wenn Dracula kommt. So nämlich. Black Sunday, so nämlich. Ja, und er ist halt, also der Bruder von der verstorbenen Gemahlin ist halt sehr skeptisch und wittert da, sag ich mal, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, beziehungsweise dass seine Schwester halt noch lebt. Ja, aber der Hausarzt, sag ich mal, bezeugt dann halt auch, dass sie an einem Herzleiden, glaube ich, gestorben ist. Dennoch ist der Film dann quasi so die Suche nach der verstorbenen Frau, weil dann auch so ein bisschen das Grab wird halt auch geöffnet, um festzustellen, ob sie nicht eventuell doch lebendig begraben wurde. Weil der Schlossherr auch quasi den Gedanken irgendwann erhält, dass er seine Frau lebendig begraben hat. Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen das Bekenntnis zum Fetisch, weil irgendwie der Vater von der Figur hier vom Don Medina, der hat da irgendwie, der hat so einen Folterkeller und finde das halt total geil. Und naja, dann geht es auch so ein bisschen darum, dass das irgendwie vielleicht ganz geil ist, so Schmerzen zu ertragen und so. Also irgendwie ist das so ein Film für verkappte Bondage, BDSM-Fetisch, Leute. Also dich? Nee, ich bin da nicht so wirklich. Okay, okay. Also wenn, dann wäre ich nicht verkappt, dann würde ich sagen so yay. Ja, stimmt. Aber so, das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass das Thema so ein bisschen angerissen wird, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, okay. Sehr revolutionär dann für das Alter, oder? Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, das ist das. Und das ist alles so ein bisschen gruselig, das ist nicht sonderlich brutal natürlich. Aber es ist sehr schön in Szene gesetzt. Ja. Wir haben tolle Kameraarbeit, wir haben hier, wie das bei Korman, eigentlich so immer der Fall ist, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, durch unsere heutigen Sehgewohnheiten lässt sich der Twist am Schluss erahnen. Ich war mir da zwischendurch nicht so sicher. Okay. Muss ganz ehrlich sagen. Und deswegen, also das mag sein, aber ich finde, da kann man sich auch heute noch überraschen lassen. Ja, aber ich glaube, damals war es noch viel krass überraschender. Das mag sein. Ja, ja, also hier werden immer wieder falsche Fährten gestreut. Oder man denkt halt wirklich, ach ja, so ist das jetzt. Dann ist es aber dann doch nicht so. Und ganz am Ende gibt es ja auch noch mal einen Twist, die letzte Einstellung. Ja, ja. Die ist halt auch noch mal bitterböse. Ja, die war auch cool. Ja, das fand ich auch sehr, sehr cool. Ich mag den Film, der sieht gut aus. Also wirklich so dieses schöne, romantische Kostüm, Schloss-Dings. Das Schloss ist natürlich gar kein Gemälde von außen, das ist vollkommen klar. Nee, aber so ein paar Mad-Paintings und sowas. Ein schöner, gemütlicher Film. Spannend, das hast du gesagt. Und das ist, glaube ich, das, was hier im Vordergrund steht. Und Vincent Price hier natürlich hervorragend, wie immer. Also als alter Theaterdarsteller. Vielleicht nicht seine beste Performance, aber auf jeden Fall die beste Performance in diesem Film. Ja, ich fand auch den Bruder ganz überzeugend. Und von Barbara Steele brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht mehr überzeugen zu lassen. Aber sie ist ja auch ein bisschen spärlich, sage ich mal, zu sehen. Ja, ich war von den anderen Schauspielern jetzt nicht ganz so angezahnt. Ich fand wirklich Vincent Price herausragend. Die anderen fand ich so okay. Wie fandst du die Musik? Das ist auch schon ein paar Tage her, aber ja, hat mir auch gefallen. Ich fand, das hat gepasst insgesamt in den Kontext. Ja, schön schaurige Untermalung, sage ich mal. Mir hat vor allem wirklich das Ende gefallen, weil ich das schön ironisch fand. Und weil das auch so ein bisschen nervenaufreibend war. Wie gesagt, da war ja dann quasi so der einzige wirkliche Bezug zu Post-Geschichte. Das war zwar insgesamt dann so zum Ende hin ein bisschen abrupt, aber im Endeffekt doch sehr nervenaufreibend. Hat mir sehr gut gefallen. Was ich auch sehr gut gelungen fand, waren hier die ganzen Rückblenden. Weil wir ja hier quasi, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig formuliert, weil hier geht es ja wirklich um die Figur des Vincent Price, der hier den Don Nicolas Medina spielt, der ja quasi so ein bisschen so dem Wahnsinn verfällt. Ja, stimmt, der hat ein Kindheitstrauma, ja. Genau. Und da sehen wir ja dann auch in Rückblenden die ganze Zeit, also so albtraumhafte Szenen, das haben sie auch sehr schön mit so Farben, sage ich mal, hervorgehoben. Und so ein verzerrtes Bild, da geht es dann auch so ein bisschen so um einen pathologischen Hintergrund. Darin haben dann auch viele, sage ich mal, so erste Inspirationen für den Giallo gesehen, weil es ja hier um traumatische Erlebnisse in der Kindheit geht. Daraus hat der Film auch so seine Faszination, sage ich mal, ziehen können, weil das schon sehr schön, wie soll ich sagen, albtraumhaft inszeniert ist. Ja, ich kann verstehen, dass man da vielleicht so ein, zwei Parallelen sehen kann, aber ich denke jetzt nicht, dass das die Intention war oder dass sich Giallo oder Gialli jetzt daran orientiert haben. Nee, das sage ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine leichte Parallele zu sehen. Ja, es ist auf jeden Fall zu Recht so ein Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Grusel-Klassiker. Ja, das Krasse ist, der hatte damals, beziehungsweise bis 2013, eine FSK-Freigabe von 18. Das ist krass, oder? Okay, ja, hat man einfach nicht aktualisiert anscheinend. Ja, ich finde auch 16, finde ich okay, aber ich glaube, sowas würde heute auch mit 12 durchgehen können. Ja, bei 12 hast du dann halt wieder das Sechsjährige mit Eltern da reingehen können. Das ist so ein bisschen problematisch, finde ich. Also gut, man hat halt hier diese bisschen sexualisierte Gewalt teilweise, oder sexuell motivierte Gewalt. Man hat schon Folterinstrumente. Da geht es auch schon drum, ich glaube, das war damals sicherlich für die Freigabe ausschlaggebend. Und natürlich die Leiche. Ja, stimmt. Ich sage jetzt nicht wann, wie, wo, was, aber man sieht ja eine Leiche, die ausgebuddelt wird. Das ist ja da so ein Schockmoment. Also heutzutage wird das jetzt keinen hinter dem Ofen hervorholen. Aber das war damals, glaube ich, dann schon Schocker genug. Nee, also auf jeden Fall schon ein sehr empfehlenswerter Corman-Film, oder? Ja, absolut. Aber ich mag ja eh seine Filme. Ja, mir ist bis jetzt auch keiner negativ aufgefallen, muss ich gestehen. Ein richtiger Blowout, oder? Blowout? Blowout, genau. Nee, Blowout. Ja, das ist ein schöner Film von Brian De Palma. Hast du gesehen? Ja, klar habe ich ihn gesehen. Ja, natürlich, das war eine erotische Frage. Ja, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja, ich habe ihn mir jetzt nochmal kürzlich angeschaut und wieder feststellen können, der war ja damals so gar nicht so beliebt. Beziehungsweise vor allem ist er ja auch an der Kasse, also an den Kinokassen, absolut gefloppt. Und ich muss schon sagen, das ist, auch wenn wir hier ein paar Sachen haben, die mich echt an dem Film stören, ist das ein fantastischer Neo-North-Thriller. Um nicht zu sagen, ein Jallo. Ja, ja, von Meister Brian De Palma. Brian Alfredo De Palma. Ja, ich finde den ziemlich gelungen. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr an Details erinnern, aber ich habe da sehr viele Parallelen zu einigen Jolly gesehen. Okay, ja gut, vornehmlich natürlich auch ein paar Hitchcock-Geschichten, aber das bedingt sich ja alles gegenseitig. Also Brian De Palma und Hitchcock ist ja eh wie Dario Argento, das ist ja eine Person im Prinzip. Ja, um dir nochmal auf die Sprünge zu helfen. Wir haben hier den Jack Terry im Fokus, in der Hauptrolle, der wird von John Travolta gespielt. Richtig. Der ist Tontechniker beim Film. Der arbeitet hauptsächlich an schundbilligen Schund-Horror-Schockern. Der braucht neue Tonschnipsel, vor allem aber auch einen Schrei, weil die Schauspielerin für diesen billigen Film, für den er gerade arbeitet, halt nicht schreien kann. So, er braucht aber noch andere Geräusche, ich glaube Wind und solche Geschichten, geht dann nach draußen, um halt Tonaufnahmen zu machen und wird dabei Zeuge eines vermeintlichen Autounfalls. So, wir sehen dann aber auch schon, dass da ein bisschen was mehr hinter ist, weil eine Person quasi vom Tatort flieht. Und er rettet auch eine Insassin aus diesem Auto, die wird hier gespielt von der Nancy Allen. Ja, richtig, stimmt. Der zweite Insasse ist Gouverneur und eventueller Präsidentschaftskandidat. Der stirbt und dann kommt halt die Polizei ins Spiel und die möchte quasi, dass er schweigt und sozusagen vor allem halt auch verschweigt, dass die Figur von Nancy Allen hier mit an Bord war. Und will das Ganze halt quasi als Unfall vertuschen. Er hat allerdings bei der Tonaufnahme, er hat das ja alles aufgenommen, entdeckt er etwas, was ihn aufforschen lässt, nämlich den Blowout, also den Reifen, der zerplatzt durch einen vermeintlichen Schuss. Und deshalb fängt er dann halt an zu forschen zusammen mit der Figur von Nancy Allen, um halt dann eventuell einer größeren Geschichte, sag ich mal, auf den Grund zu gehen. Ja, also angefangen beim Cast, finde ich das fantastisch besetzt. Der arbeitet hier auch wieder, wie das für ihn häufig so ist, mit altbekannten Leuten, also mit Leuten, mit denen er halt schon viel zusammengearbeitet hat. Nancy Allen, John Travolta, John Litko, Dennis Franz und vor allem halt auch, was die Musik angeht, mit Pino Donaccio. Die haben da quasi, ein gemeinsamer Nenner ist fast schon Dressed to Kill, bis auf John Travolta haben da alle genannten, nee, John Litko hat da auch nicht mitgespielt, aber egal. Alle dieser Schauspieler und Macher haben halt in irgendeinem anderen seiner Film halt mitgespielt. Das heißt, so kann er sich dann halt auch wirklich auf diese Leute verlassen und die bieten hier bis auf John Travolta alle On-Point-Darbietungen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich fand John Travolta hier nicht durchgehend überzeugend. Das war ja zu einer Zeit, in der er sozusagen Stilwechsel durchmachen wollte, weil er davor Grease und, was war das andere? Night Fever. Genau, gemacht hat und dann hier mal was Ernsthafteres spielen durfte. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass John Travolta eigentlich mehr so eine Präsenz statt eines Charakterdarstellers ist. Also meinst du, der ist mehr, also sowas wie zum Beispiel The Rock, der ist ja quasi der Star, aber kein Schauspieler. Genau, genau, genau. Ich würde auch Clint Eastwood fast schon mit reinschmeißen, aber vor allem dann halt auch so Leute wie Schwarzenegger und ja, schon ein paar Action hier so, nee, der Ding ist nicht, Stallone würde ich da nicht reinspacken, der hat schon coole Charakterrollen gemacht. Aber du weißt, welche Richtung ich gehen will. Natürlich. Ich meine, er ist immer noch ein sehr interessanter Pieping Tom hier, aber so richtig überzeugt hat mich das nicht. Da fand ich schon John Lithgow als fieser, überzeugender Killer, aus dem hier der Brian De Palma auch überhaupt keinen Hehl macht, der zeigt den sofort als Täter, sag ich mal. Ja, aber der ist auch super. John Lithgow ist eigentlich immer gut. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, Travolta, es wirkt schon so ein bisschen wie reingezwängt in den Filmen. Man kauft ihm jetzt auch nicht so den Tontechniker irgendwie unbedingt ab. Ja, ich fand den jetzt nicht ganz so schlimm wie du, also aus Erinnerung heraus, ich müsste den mir nochmal angucken. Es ist jetzt nicht zehn Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber so drei, vier, den hätte man ruhig schon besser besetzen können. Ja, das gebe ich dir. Aber ansonsten finde ich das ein sehr stimmiger Film. Der passt halt so in dieses Dress to Kill, der war ja auch nur kurz davor, kam der raus und der passt so in diese Phase von De Palma eigentlich sehr gut rein. Ja, definitiv und das ist für mich halt auch seine Hochphase. Ich finde auch sehr schön, wie er hier, man darf halt auch die ganzen Vorbilder nicht verschweigen, vor allem halt auch Blow Up. Da war das ja so, dass in dem Film ging es um ein Detail auf einem Foto, das dann quasi zu einem Mord führte, beziehungsweise das ein Mord mehr oder weniger zeigte. Hier ist es ja quasi eine Tonaufnahme, später dann in Verbindung mit Bildmaterial, das dann quasi so eine Art Verschwörung, sag ich mal, aufdeckt. Ich finde es sehr interessant, wie er hier den Stellenwert des Tons so betont. Ja. Also im Prinzip sagt er hier, dass die auditive Ebene fast schon wichtiger ist als die visuelle. Ist natürlich praktisch bei einem Film, wenn man Filme macht, ja. Ja, hier geht es ja auch dann um Kontexte. Das losgelöste Bild kann quasi nicht den gesamten Kontext wiedergeben. Es verschleiert dann im Endeffekt auch die Wahrheit und die Wahrheit wird halt nur über die auditive Ebene, sag ich mal, gefunden. Unabhängig davon, dass er sagt, dass die auditive Ebene nicht unbedingt vielleicht wichtiger, aber auf jeden Fall mindestens genauso wichtig ist wie die visuelle, schafft er es dann halt auch im Bild, also in seiner Inszenierung, das nochmal so hervorragend zu verdeutlichen. Weil er hier auch wieder ganz toll mit Splitscreening arbeitet, coole Kamera und halt auch wieder mal ein paar coolen Plansequenzen, sag ich mal, überzeugen kann. Also ich muss schon sagen, ich war mir gar nicht mehr so bewusst, wie stark dieser Film ist. Den würde ich heute auf jeden Fall mit zu seinen besten Werken überhaupt zählen. Willkommen beim Club. Sehr schön. Ja, ich hatte mir vor ein paar Jahren diese Arrow-Version geholt. Okay. Die ist schön, ja. Ja gut, Arrow hat bis jetzt nichts Schlechtes rausgebracht. Von der Qualität oder von den Filmen? Ersteres. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Film durch einen gewissen Herrn Quentin Tarantino an Reputation gewonnen hat. Der zählt den Film ja zu, mit seinen drei Lieblingsfilmen, zusammen mit Rio, Bravo und noch irgendwas anderem. Und dadurch hat er auch nochmal ein bisschen an Reputation gewonnen, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Und ich finde halt auch nicht, dass der Film das nötig hat, weil das auch so eine schöne Abhandlung übers Filmemachen ist. Ich wusste das gar nicht, dass Tarantino das gesagt hat. Okay, gut. Aber es ist halt auch so ein perfektes Konglomerat seiner Fähigkeiten. Es ist im Prinzip so fast schon die Schnittmenge dessen, was er in seinem Filmschaffen, sag ich mal, erreicht hat. Weil der Film ist unfassbar spannend. Der ist humorvoll, was viele seiner Filme sonst eigentlich eher weniger sind. Er hat ein bisschen Erotik drin. Er hat bis auf, wie gesagt, John Travolta, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Hat da sehr coole Performances. Und dann ist er optisch und, wie gesagt, auf der auditiven Ebene ist er echt fast schon brillant, sehr gut durchdacht. Und dann hat er auch nochmal etwas, was in der Hollywood jetzt auch nicht gang und gäbe ist, nämlich ein sehr tragisches, fast schon bitterböses Ende. Also kein Happy End. Das hat mir den Film dann noch schmackhafter gemacht. Genau. Also ich muss schon sagen, der Herr Brian De Palma ist zu einem fast schon Freund von mir herangewachsen. My Friend De Palma? Genau. Ja, ich habe von deiner Freundin, deine Freundin hat mir einen Film ausgeliehen. Wie bitte? Oh la la. Bist aber jetzt nicht böse oder eifersüchtig, ne? Ich habe dir den Film übergegeben. Ja, aber das wissen die Zuhörer ja nicht. Das ist schon ein bisschen Drama. Jetzt schon. Ich habe schon ein bisschen unnützt Drama hier reinbringen. Spannung erzeugen. Ja, sie ist sehr bohs. Sie fragt auch schon, wann er zurückkommt. Ja, von mir aus, sobald wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe ihn ja jetzt gesehen, My Friend Dahmer. Auf Deutsch heißt er Mein Freund Dahmer, oder? Ich glaube, der wurde nicht übersetzt. Ne, dann heißt er My Friend Dahmer. Wahrscheinlich. Also Jeffrey Dahmer, wissen wahrscheinlich viele, wurde Anfang der 90er einkassiert, weil er 17 junge Männer getötet hat. Hat sich an deren Leichen vergangen und hat die teilweise auch gegessen. Ein Serienkiller, ja, einer der bekanntesten, weil er halt auch sehr rabiat und brutal vorgegangen ist und das eben auch so mit seinen, mit sexuellen Akten eben verbunden hat. Und es gibt einen Schulfreund, ehemaligen Schulfreund von ihm, der hat einen Comic gezeichnet. Der Künstlername ist Durf Backdurf. Und der hat eine Graphic Novel veröffentlicht, die heißt My Friend Dahmer und erzählt eben von der Zeit, in der die beiden sich in der Schule, in der die Kontakt hatten. Und so wie er den mitbekommen hat, so ein bisschen als Weirdo, aber eben halt auch als Kumpel. Und dann gibt es einen Film. Der Mark Myers, der Regisseur, das ist der Bruder von Michael Myers, der hat diesen Film gedreht, der 2017 rauskam, der lief auf dem Fantasy Film Fest 2017. Ich habe ihn damals nicht gesehen. Seit ein paar Jahren höre ich ja schon von deiner Freundin, du musst unbedingt My Friend Dahmer gucken, der ist halt so gut. Das ist kein Serienkillerfilm, das muss man auch mal sagen. Also das Töten steht hier nicht im Vordergrund, es steht wirklich diese Schulzeit im Vordergrund. Es ist ein Coming-of-Age, eine Erzählung. Also hier steht auf dem DVD-Cover steht, this is the story before that story. Wobei ich Story sehr weit hergeholt finde. Eine Geschichte gibt es hier nicht wirklich, meines Erachtens. Ich finde, es ist ein ziemlich aussageloses und langweiliges Coming-of-Age-Dargestelle, was mich die meiste Zeit ziemlich kalt gelassen hat. Ja, du hast den auch gesehen. Korrekt. Ja, also ich habe jetzt schon mal gesagt, dass ich nicht so begeistert bin von dem Film. Wie sieht das bei dir aus? Also begeistert war ich auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, also es ist jetzt bei mir auch schon was länger her, der ich den gesehen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Perspektive sehr interessant fand. Also das ist halt, weil wenn man an den Namen Dama denkt, dann ist es ja in der Regel so, dass man das dann halt mit seinen Mauern verbindet. Ja, klar. Und das ist halt hier komplett aus dem Vor. Und es ist auch zum Schluss hin, ist es nicht eindeutig formuliert, so von wegen, er wird das auf jeden Fall tun. Doch, 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 doch. Das ist ganz am Ende wird das eingeblendet. In Schrifttafeln. Ja, ja, genau. Aber ich meine, es wird halt bildlich nicht gesagt. Nö, das nicht. Also geschichtlich kann man das dann, meine ich, so verstehen, dass die Person, die er dann am Schluss mitnimmt, sein erstes Opfer ist. Ja, ja, das ist auch so. Ja. Er sagt ja auch seinen Namen. Ja, genau. Aber wenn man seine Geschichte halt nicht kennt, dann wird einem das durch das, wie das erzählt ist, nicht unbedingt klar. Man kann es vermuten. Das ist eben die Sache, dieses, wenn man nicht weiß, wer das ist, ergibt das alles wenig Sinn. Das ist das, was es teilweise ein bisschen witzig macht. Dass man halt weiß, Jeffrey Dahmer war ein krasser Serienkiller, der wirklich Unvorstellbares getan hat. Und dann sieht man so, dass die in der Schule anfangen, weil der so weird ist, so einen Fanclub aufzubauen, indem er dann irgendwie da, so den Jeffrey Dahmer Fanclub, das ist dann irgendwie witzig und eigentlich auch noch so eine schöne Parallele zu dem, was heutzutage ja, so diese Popularität von Serienkillern, die teilweise bis heute anhält, dass da Leute so wirklich dahinterher sind und sich so eine Popkultur um Edward gehen. Und Jeffrey Dahmer und so weiter eben entwickelt hat und Albert Fish und Wayne Gacy und wie die alle heißen. Das ist eine nette Parallele und es ist halt dann witzig, wie die denen irgendwie auf so Klassenfotos schummeln. Das sind so nette kleine Geschichten, aber es ist halt nichts von irgendeiner Entwicklung und es wird ja auch gar nicht auf die Frage eingegangen, warum hat er später das alles gemacht? Weil man das auch nicht beantworten kann. Also wer jetzt Antworten sucht und sagt irgendwie, ah, ich möchte mal so ein bisschen eintauchen in die Psyche von Jeffrey Dahmer und irgendwie ergründend so die Origin-Story von Jeffrey Dahmer erfahren, der wird hier nicht fündig. Also diese Fragen werden nicht beantwortet, weil die nicht zu beantworten sind. Also der Vater ist so ein Loser, der sich dann von der Mutter scheidet. Die Mutter ist süchtig nach Medikamenten. Die wird hier übrigens von Anne Hash gespielt. Das ist auch die, die spielt wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Die, die reißt sie richtig ab, performance-technisch. Der Hauptdarsteller, der sieht auch dem Jeffrey Dahmer sehr ähnlich. Also in dem Film, die haben ihn halt wirklich krass zurecht gemacht. Ich kenne noch so ein, zwei Fotos von Jeffrey Dahmer. Da sieht er dem wirklich extrem ähnlich. Und ansonsten ist er halt so ein introvertierter Weirdo, der gerne wissen will, wie Tiere und Menschen von innen aussehen. Ja, so Michael Myers halt, ne? Also zumindest Rob Zombies-Variante. Ja, genau. Das ist es. Und das war schon bei Rob Zombie jetzt nicht sonderlich toll. Und das ist es auch hier nicht. Ich weiß nicht, was daran jetzt das Gute ist. Also hier steht, a welcome twist on the serial killer genre. Hat geschrieben, Dan of Geek. Und dann denke ich mir so, ja, was ist denn der Twist für das Serienkiller-Genre, dass wir hier keine Kills sehen oder was? Und dass es gar nicht um Serienkiller geht. Aber was ist das denn für ein Twist? Man bekommt am Rande mit, dass die Eltern sich streiten, was aber auch für nichts ein Auslöser ist, wirklich. Man bekommt mit, dass der Vater, der ist halt selbst so ein Nerd, so ein Eigenbrödler und der will, dass sein Sohn das nicht wird. Und schenkt ihm irgendwann ein Handeln und motiviert ihn immer so ein bisschen, engagier dich doch mal in so sozialen Gruppen und find doch mal Freunde. Damit du nicht quasi wie ich so ein Eigenbrödler wirst. Aber das läuft aber auch ins Nichts. Also der Film ist eine einzige große Nebelkerze. Da wird nichts wirklich Relevantes oder Interessantes erzählt. Das Witzigste ist halt so mit diesem, ja, die machen da so Fotos mit dem und kulten den halt so ein bisschen ab. Gerade der Charakter, der schon da in der Schulzeit schon Comics zeichnet, das ist ja dann wohl der, der auch später dann diese Graphic-Novel veröffentlicht hat. Die aber auch nur interessant ist, wenn man weiß, was er danach gemacht hat. Und das, ja, finde ich halt schon schwach. Der Film hat auf jeden Fall, glaube ich, wenn man die Geschichte gar nicht kennt, ne, also von Dharma, dann ist es, glaube ich, auch echt schwer, da überhaupt einen Zugang zu finden. Ja, und dann ist die Frage, warum das dann gucken, wenn man das nicht schon weiß. Wenn man es weiß, bietet es für mich keinen Mehrwert. Ich finde das wirklich sehr schwach und teilweise auch langweilig. Ja, schade. Ja, fand ich auch sehr schade. Da könnt ihr euch ja nochmal persönlich drüber unterhalten. Ja, wir könnten sowieso mal über True Crime und Serientäter unterhalten. Ja. Vielleicht machen wir das ja auch, vielleicht haben wir das ja schon gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was nächstes Jahr. Ja, sollen wir das mal anteasern für unsere Cinephil-Zuhörerinnen und Zuhörer? Also ich glaube, die haben das so verstanden, dass das gerade angeteasert wird. Haben die schon verstanden, dass wir demnächst eine Miniserie im Videoformat machen mit deiner Freundin zusammen über Serientäter? Ich glaube schon. Okay. Ne, dann sage ich nichts dazu. Sehr gut. Ach, Peter, das war wieder schön, mit dir wieder über Filme gesprochen zu haben. Auf jeden Fall. Ach so, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir dann nächste Woche einen Teaser? Ach so, ja. Peter, dann Teaser doch direkt schon mal nächste Woche an. Okay, im Zentrum unserer nächsten Episode steht das neueste Werk eines der wichtigsten Regisseure unserer Zeit. Till Schweiger. Natürlich nicht. Es ist auch kein Schweighöfer. Macht der Filme? Der führt auch selber Regie teilweise. Ja, ja. Ne, es ist ein David Fincher-Film und zwar, der heißt Menk, ne? Soweit ich weiß, ja. Im Zuge dieses Films, der bis dato schon anscheinend gute Kritiken gekriegt hat, wollen wir dann halt auch mal so, ja, mehr oder weniger das Gesamtwerk dieses Ausnahmeregisseurs uns vornehmen und darüber quatschen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe schon richtig Bock und bereite mich jetzt schon mal vor darauf. Verabschiede mich bei dir, lieber Peter und bei allen Cinefile und Filmfressen-Fans und unserer Filmfressen-Familie. Bis nächste Woche. Tschö. Dann verabschiede ich mich auch. Ich werde mich jetzt in den Panic Room begeben und einen Fight Club aufmachen. Bis nächste Woche.